Bei Lidl ist es, glaube ich, wichtig, dass man jeden Tag nimmt, wie er kommt. Was ich bei Lidl finde, sind die Tachen verschieden und diversen. Mir macht es besonders viel Spass, dass mein Job sehr vielseitig ist. Als ich angefangen habe, musste ich zuerst in die Filialen. Wir werden in jedem Prozess und jede Etappe lernen des Lebens, des Geschäfts und des Geschäfts. Das war sehr cool. Ich habe mit den Mitarbeitern kennengelernt. Ich habe gelernt, was sie den ganzen Tag machen. Ich sehe, was alles für ein Produkt braucht, bis zur Filiale zu bringen. Und die Abwechslung macht es dann schon aus, oder? Ich konnte jetzt in meinem Traineeschiff, was jetzt 18 Monate geht, jetzt schon viel Verantwortung übernehmen, mehr als ich dachte. Dass man sich gerne neue Herausforderungen erstellt, ist eine Basis, dass man gerne bei Lidl arbeitet. Man sieht das als Resultat. Also wenn ich zum Beispiel durch die Filiale laufe und ich sehe, jetzt hat es hier neue Wein drin, die wir jetzt verhandelt haben. Und das ist genau das, was ich meine, dass man eben für etwas schafft, wo man nachher draussen im Alltag damit in Berührung kommt. Es hat wirklich einen Impact, das, was man macht. Und das ist schon sehr befriedigend. Ich denke, dass es besonders spannend ist, bei Lidl zu arbeiten, als Konzern, weil man so hier natürlich auch die Möglichkeit hat, nicht nur in der Schweiz zu bleiben, sondern auch in andere Länder zu gehen. Und es ist auch schön, dass man eigentlich den Vertrauen des Vorgesetzten bekommt. Das ist schon sehr motivierend. Ich weiss, es erwarten mich Aufgaben, die ich gerne mache und abwechselnd ist. Es ist nicht immer das Gleiche, sondern jeden Tag ist schon etwas anderes. Wer träumt in der Nacht von Hammerprodukten für jedes Portemonnaie? Du vielleicht? Lidl Schweiz? Da steckt mehr dahinter.